Freundin geschlagen. Ich werde mit diesem Post wahrscheinlich ziemlich die Gemütter erregen und mir einen Shitstorm einhandeln, aber da ich das Thema nicht in meinen Bekanntenkreis beitreten will, frage ich hier nach meinem Außenstehender. Too long didn't read, Freundin, verhält sich rücksichtlos und im Streit unfair. Auch hier möchte ich nochmal sagen, also back to topic, Puhn Nummer 16. Wenn sie sich rücksichtslos verhält und unfair und respektlos, niemand zwingt dich zu bleiben, mein Freund. Aber schauen wir mal weiter. Wird beleidigend und aggressiv? Respektlosigkeit level over 9000 sozusagen. Beim letzten Streit habe ich die Fassung verloren und sie geschlagen und es wird so dargestellt, als hätte sie daran überhaupt kein Mitwirken gehabt. Bruder. Oh Gott. Okay, schauen wir mal weiter, wie er sich das rechtfertigt. Kann man ihr Verhalten relativieren, weil ich die Kontrolle verloren habe? Die Antwort darauf ist sehr simpel. Nein. Du hast nicht die Kontrolle zu verlieren. Egal, was sie tut. Aber lesen wir weiter. Sie tut es deswegen nicht, weil es keine Konsequenzen gab bis jetzt. Und auch hier nicht diskutieren, demonstrieren, Konsequenzen müssen vollstreckt werden. Und der junge Mann hat wahrscheinlich nicht verstanden, was das Wort Konsequenzen bedeutet. Eine Konsequenz muss immer das Ergebnis haben, dass dein Gegenüber, wenn er gewisse Grenzen überschreitet, diese Konsequenz ihn so bestraft, in Anführungsstrichen, dass er das nie wieder tut. Das heißt also in diesem Fall, als Beispiel, wenn er sagt, sie verhält sich rücksichtlos, ist unfair, aggressiv, beleidigend, dann müssen Konsequenzen folgen, und zwar schon beim ersten Mal, dass sie nie wieder auf die Idee kommt, ihn zu beleidigen oder sich respektlos zu verhalten. Ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du halt, wenn das Ganze schon fortgeschritten ist. Deswegen in so einem Fall, vor allem wenn er schon sehr lange mit ihr zusammen ist und wenn sie das schon sehr oft gemacht hat, gibt es keine Konsequenz, die so krass ist, dass sie damit aufhört. Außer die Konsequenz, ihre Sachen zu packen und sie vor die Tür zu stellen. Oder sie zu einer F-Plus zu degradieren. Das wäre die einzige Konsequenz, falls es überhaupt was bringen würde. Das ist halt das große Problem, was halt die meisten Männer nicht verstehen, weil sie dann natürlich immer um die Ecke kommen mit der Frage, welche Konsequenzen kann ich denn walten lassen, die aber nicht gleich bedeuten, dass ich sie verlassen muss, weil du das halt nicht machen möchtest. Was aber auch der Grund ist, warum sie halt so respektlos zu dir ist, weil sie weiß, du wirst sie nicht verlassen. Aber ungeachtet dessen, er hat hier geschrieben, welche Konsequenzen ein unangemessenes Verhalten haben kann. Ja, das liegt daran, weil deine Konsequenzen lachhaft sind. Weil sie nichts bedeuten. Und das ist der Grund, warum sie nicht weiß, dass Konsequenzen, dass bestimmte Sachen oder ungemessenes Verhalten Konsequenzen haben, wenn sie sich halt so und so verhält. Es gibt keine Konsequenzen. Das ist das, was du ihr gezeigt hast. Sie ist sehr impulsiv und egozentrisch. Am Anfang war es noch in einem Rahmen, mit dem ich auf Dauer klargekommen wäre. Aber mittlerweile habe ich schon seit Längerem beobachtet, dass es schlimmer wird. Auch die Streitigkeiten haben mittlerweile andere Ausmaße angenommen. Vor allem, wenn sie getrunken hat, ist sie mittlerweile unausstehlich und steigert sich so dermaßen rein, dass sie kaum zu beruhigen ist. Manchmal sieht sie es ein, entschuldigt sich und macht es irgendwie wieder gut oder auch nicht. Das ist das Thema. Seine Konsequenz ist halt, dass er sich halt beschwert, dass er rumheult, dass er Terror macht, bla 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 bla. Aber das war es halt auch. Und wie geht sie mit diesen Konsequenzen um? Ja, sie entschuldigt sich, dies, das, tralala. Und dann merkt sie, hey, das hat keine Auswirkungen. Ich bin damit durchgekommen. Ich klaue und werde nicht bestraft vom Staat. Also selbstverständlich klaue ich weiter. Sie verhält sich respektlos. Und was machst du? Du tadelst sie halt. Sie sagt, ach, ich gelobe Besserung. Und dann merkt sie auf einmal, hey, nichts passiert. Ein bisschen tralala und ein bisschen hier rumgeschreie. Aber das war es halt auch. Also selbstverständlich wird sie nächste Woche noch krasser auf die Kacke hauen, weil sie gucken will, inwieweit kann ich den Zaun anfassen. Oder anders gesagt, sie testet dich. Sie shit-testet dich. Und möchte herausfinden, wann kommen denn wirklich krasse Konsequenzen. Und natürlich auch auf der anderen Seite. Und das ist nämlich der Fehler dann, der hier passiert, wenn du als Mann emotional wirst. Okay? Das fällt übrigens auch unter dem Stichpunkt. Männer lassen ihre Emotionen raus. Sie möchte sehen, lässt du dich von der Fassung bringen. Vor allem dann, wenn sie merkt, sie kann mit dir alles machen, was sie möchte. Und das hat sie ja auch gemerkt. Sie ist ja eine laufende Red Flag. Also darüber brauchen wir jetzt gar nichts zu unterhalten. Allein schon das, was sie über sie geschrieben hat. Das ist schon, wo du dir denkst, so Bro. Okay? Lost komplett. Und jetzt sagt sie sich, der akzeptiert mich trotzdem. Der bleibt trotzdem bei mir. Also, was mache ich? Ich gucke jetzt mal, wie weit ich gehen kann, bis ich ihn aus der Fassung bringe. Bis ich aus ihm einen richtigen Mäde mache. Bis dieser Fels in der Brandung explodiert. Und dann habe ich ihn richtig krass an den Eiern und beteilisiert. Und das Schlimmste, was du als Mann machen kannst, ist erstens laut werden, sie beleidigen, anschreien. Und das Nächstschlimmere, was danach kommt, also wo du wirklich komplett den untersten Modus erreicht hast, ist, wenn du Hand an sie anlegst. Also sprich, physische Gewalt. Weil damit hat sie dich komplett beteilisiert. Und dieser Ausbruch, den er jetzt hatte, ist natürlich die Konsequenz davon, dass er selber weiß, dass er jetzt so krass von ihr beteilisiert worden ist, dass er sich nicht mehr zu helfen weiß. Also was macht er dann? Er nutzt das Mittel, was jeder Mann als sozusagen Vorteil gegenüber jeder Frau hat, nämlich seine physische Stärke. Er kann sich nicht weiter helfen. Die Wut hat sich so extrem angestaut, weil er sie nicht handeln kann, weil sie ihn auf dem Kopf rumtanzt, dass er sagt, ich muss jetzt das machen, wo ich einen massiven Vorteil gegenüber einer Frau habe als Mann. Und das ist die physische Stärke, die physische Gewalt, die ich aufbringen kann. Das ist seine Konsequenz. Er sagt, ich hoffe, dass dadurch sie dann damit aufhört. Was ja nicht der Fall sein wird im Übrigen. Also das wird niemals was bringen. Weil auch das wiederum wird ihr unten signalisieren. Naja gut, okay, dann gab es halt ein bisschen physische Gewalt, aber er ist immer noch da. Der Bäde! Und deswegen verliert sie noch mehr Respekt vor dir. Weil du ihr zeigst, dass du keine Frau handeln kannst. So wie jeder Alpha eine Frau handeln würde. Der sie natürlich beim ersten Mal schon links, der beim ersten Mal schon gesagt hätte, tschüss, game over. Hätte ich ihr gegenüber nicht so eine lange Zündschnur, hätte die Beziehung noch kein Jahr gehalten. Hier natürlich hat er angefangen, das Ganze erstmal entspannt handeln zu wollen. Das heißt also, er hat es über sich ergehen lassen. Aber nochmal, es gab keine Konsequenzen. Und das ist natürlich auch klar, wenn du schluckst, du schluckst, du schluckst, du schluckst, du schluckst, du schluckst, du schluckst. Und hältst dich zurück, hältst dich zurück, weiß auch nicht, wie du damit umgehen sollst. Und bist nicht in der Lage, das zu tun, was du tun musst. Nämlich zu sagen, ich stehe auf. Dass du aufstehst und sagst, sorry, ich bin weg. Sondern du erträgst es weiterhin. Dann natürlich ist klar, du explodierst irgendwann. Eine verständliche Scheißreaktion, die dir als Mann definitiv das Genick bricht. Also damit rutschst du wirklich ganz nach unten. Deswegen sage ich immer wieder, niemals die Hand gegenüber einer Frau heben. Nicht, weil du stärker bist und sie sowieso keine Chance hat. Sondern weil das das ultimative Signal ist, dass sie dich komplett an den Eiern hat. Lange Zündschnur hätte die Beziehung noch kein Jahr gehalten. Auch habe ich das Gefühl, dass sie sich immer rücksichtsloser verhält, je weniger wir uns sehen. Momentan habe ich ein Arbeitspensum von 90 Stunden die Woche. Und das wird auch in der nächsten Zeit nicht ändern. Dass ich beruflich so eingespannt werde, wusste ich schon davor. Die Freizeit, die dann noch bleibt, verbringe ich komplett mit ihr oder gehe mal ins Gym. Und das war es. Obwohl ich auch öfter lieber mit den Kumpels oder Arbeitskollegen abhängen will. Aber ich will nicht, dass sie sich vernachlässigt fühlt. Er belohnt sie auch noch für ihr respektloses Verhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht mal Konsequenzen gibt, sondern er belohnt sie auch noch mit Zeit. Nicht nur mit Zeit, sondern auch mit der Tatsache, dass er seine Freunde links liegen lässt. Oder Sachen, die er gerne machen würde. Mentaler Ursprungspunkt, auch hier wiederum. Die Frau ist sein mentaler Ursprungspunkt. Und er belohnt sie für ihr respektloses Verhalten, indem er sagt, ich halte mich zurück und ich schaue, dass es der Frau gut geht. Selbstverständlich wird sie weiterhin respektlos vor dir sein. Was glaubt ihr denn? Warum sollte sie auch nicht? Sie weiß ja, sie kann ja mit dir machen, was sie möchte. Und du belohnst ja trotzdem weiterhin. Zum Beispiel mit deiner Zeit. Fühlt und dachte, dass sie sich dann irgendwann wieder beruhigt. Dem war nicht so. Natürlich nicht. Letztes Wochenende ist es komplett eskaliert. Nachdem ich sie von einem Geburtstag abgeholt habe, fing sie wieder an mit ihren passiv-aggressiven Bemerkungen und hat es nicht lange gedauert, bis es sich wieder hochgeschaukelt hat. Sie fing an, mich und meine Familie zu beleidigen, zerrte und stupste an mir rum und schlug mir dauernd mit der Faust gegen die Brust. Ich sag ganz ehrlich, wäre sie ein Kerl gewesen, hätte ich ihn zusammengeschlagen. Ich hielt sie fest und schrie sie an. Also da ist schon Ende Gelände. Nachdem ich sie wieder losgelassen habe, ging sie in die Küche und fuchtelte mit einem Messer rum und sagte, ich soll sie nicht mehr anfassen und hörte noch immer nicht auf, mich zu beleidigen. Irgendwann hielt sie mir das Messer hin und meinte, ich soll es mir sonst wohin stecken. Damit wäre jedem geholfen. Die Kombination aus Erschöpfung und blanker Wut hat ihren Tribut gefordert und ich schlug ihr ins Gesicht. Oh Gott. Ich habe mich direkt entschuldigt. Sie lief ins Schlafzimmer und sperrte sich ein. Ich hörte, dass sie im Heulkrampf ihre Freundin anrief und ihr sagt, der ist so gebumst. Ja, 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 ja. Wir lachen jetzt, aber das ist die Konsequenz. Das ist die Konsequenz, wenn du nicht Grenzen ziehst. Und zwar von Anfang an. Erholkram ihre Freundin anrief und ihr sagte, dass sie sich eingesperrt hat, weil ich sie schlage. Ich versuchte noch einmal durch die Tür mit ihr zu reden, aber es machte keinen Sinn und ich verließ die Wohnung. Außer einigen Nachrichten von zwei ihrer Freundinnen, die mich jetzt wohl in ihrem Freundeskreis als Frauenschläger bezeichnen, hörte ich tagelang nichts von mehr. Von ihr kam dann irgendwann eine Nachricht, dass sie jetzt mal Zeit bräuchte, weil sie jetzt noch nicht wohl dabei ist, wieder mit mir zu reden. Wegen dem, was ich ihr angetan habe. Achso, an beiden Fotos. Ich habe gedacht, er hat es jetzt hier gepostet. Ich dachte mir so, hä, ich habe es doch gesehen. Da war kein Foto. Von ihrem Blutaufguss, woraufhin ich mich wie ein Stück Scheiße fühlte. Ja, ich habe sie geschlagen und ja, das hätte nicht passieren dürfen. Aber spielt es denn keine Rolle, dass sie mich vorher bis aufs Blut gereizt hat? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, meine Herren, leider nicht. Ich weiß, wir wollen das rational irgendwie rechtfertigen, indem wir sagen, hey, der andere hat mich aber bis aufs Äußerste provoziert. Aber Fakt ist halt leider in diesem Punkt, dass das Ganze natürlich irgendwann anders angefangen hat und es nichts mit dieser einen Situation zu tun hat, wo halt dir die Hand ausgerutscht ist oder wo du einfach halt explodiert bist. Also kein Mann explodiert einfach so von einer Sekunde auf der anderen, nur weil zum aller, allerersten Mal eine Frau ein bisschen am Rad dreht. Deswegen leider nicht, nein, nein, leider nicht, leider nicht. Muss ich mich jetzt zurecht als Frauenschläger abstempeln lassen? Auch verstehe ich ihr Verhalten mir gegenüber nicht. Weshalb ist sie manchmal so zu mir? Ja, weil du wilder bist. Ganz einfach, deswegen ist sie so zu dir. Weil du das durchgehen lässt, weil es keine Grenzen gibt, weil du ihr gezeigt hast, sie kann das mit ihr machen und du belohnt sie auch noch dafür. Deswegen ist sie noch da und deswegen ist sie so zu dir. Das kann doch nicht nur mit eventueller Vernachlässigung zu begründen sein. Nein, du gibst dir zu viel Zeit. Aus meiner Sicht mache ich schon, mache ich schon, was ich kann, um ihr neben meiner Arbeit irgendwie gerecht zu werden. Ja, das ist halt der nächste Fehler. Du möchtest ihr gerecht werden, obwohl sie auf der anderen Seite sich absolut daneben benimmt. Deswegen wird sie niemals, egal was du tust, dich respektieren können. Sonst wird es immer schlimmer werden. Es wird niemals besser. Sie wird nicht aufhören damit. Es wird immer schlimmer. Weil von der Grunddynamik her, die Message, die du ihr schickst, ist, du kannst machen, was du möchtest. Ich werde trotzdem weiterhin dich belohnen. Mit meiner Zeit und Anwesenheit und dieser Beziehung halt. Also gibt es keinen Grund für sie zu sagen, ich drücke jetzt mal auf die Bremse oder ich ziehe jetzt mal die Handbremse. Aus meiner Sicht mache ich schon was, ich kann um ihr gerecht zu werden, aber ich merke, dass wegen ihres Verhaltens und dem ganzen Drama immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Wahrscheinlich sollte ich es beenden, aber so ganz kampflos und mit dieser Sache im Raum stehen kann ich das nicht. Oh doch, Bro, bitte. Aufstehen und gehen. Und natürlich auch, weil ich sie liebe. Richtig. Das, meine Herren, wo ist mein Zeiger hier? Das ist übrigens der Grund, weil gerade vorhin jemand gefragt hat, warum bleibt er denn, warum bleibt er denn weiterhin bei ihr? Warum ist er denn nicht schon längst gegangen? Ganz einfach, genau aus diesem Grund, weil er sie liebt, weil er emotional sich so an sie gebunden hat, so abhängig von ihr ist. Und natürlich klar auf der anderen Seite, keine anderen Frauen in Sicht, dass er das alles mitmacht, wo du als Außenstehender sagst, Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Was sind das für Verhaltensweisen? Wie kann ein Mann noch in den Spiegel schauen und weiterhin mit so einer Frau zusammen sein, die wirklich null Respekt vor ihn hat? Und die sich natürlich auch, er hat ja vorhin geschrieben, dass sie alkoholmäßig gut unterwegs ist, ne? Genau deswegen, weil er sie liebt, weil er Gefühle für sie hat. Und da schalten halt Männer, leider muss man sagen, komplett das Gehirn aus und reden sich halt alles schön. Bis halt natürlich, klar, am Ende irgendwann das große Erwachen kommt. Und das große Erwachen kommt meistens halt mit einer fetten Faust, die dir ins Gesicht geflogen kommt. Sie beteuert es auch immer, dass sie mich liebt und sie sich niemand anderen für die Zukunft wünscht. Ja, so einen Sklaven zu haben, mit dem man machen kann, was man möchte und der vor allem den ganzen Bullshit mitmacht, den man selber mitbringt. Also sie bringt ja auch sehr, sehr viele Probleme mit. Allein schon dieses, sie seufzt sich quasi ins Koma sozusagen, das ist schon, das bedeutet in einem Gleichheitszeichen, ich habe sehr viele mentale Probleme, die ich natürlich versuche mit dem Alkohol irgendwie zu vergessen sozusagen. Reicht Liebe aus, um das wieder in den Griff zu kriegen? Chat, reicht Liebe aus, um das wieder in den Griff zu bekommen? Was glaubt ihr? Entschuldigt den langen Text, ich musste mir ein bisschen was von der Seele schreiben, weil ich sonst mit niemandem darüber rede. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke der ganzen Situation. Um dem jungen Mann, der das jetzt eh nicht sehen wird, eine Lösung zu bieten, die ist ganz simpel. Pack deine Sachen, schließe sofort damit ab, wünsche ihr alles Gute, entschuldige dich für dein unterirdisches Verhalten, lösche ihre Nummer und verschwinde aus ihrem Leben und lerne daraus, dass du nie wieder diesen Fehler begehst. Oder übersetzt, oder anders gesagt, dass du nie wieder in so eine Situation kommst, dass du überhaupt das Gefühl hast, du müsstest jetzt vor allem auf der physischen Ebene etwas tun, um die Frau quasi zu bändigen. Aber wie ich ja schon vorhin gesagt habe, es reicht ja schon, wenn du auf der emotionalen Ebene, also sprich schreien, beleidigen, wenn es da schon anfängt. Also auf den Zeitpunkt, wo ihr merkt, ihr seid mit einer Frau zusammen und ihr müsst sie anschreien oder beleidigen, damit irgendwas durchgesetzt wird oder damit ihr selber irgendwas durchsetzen möchtet, dann sollte euch das gleichzeitig ein Signal sein, dass es ist verloren, das war's, Game Over. Und das könnt ihr nicht mehr rückgängig machen. Also vor allem jetzt hier diesen Move, den er da gebracht hat, no way. Sie wird dich nie wieder respektieren, never ever. Vielleicht wird sie Angst vor dir haben, das kann sein, aber sie wird dich nie wieder in diesem Leben respektieren können. Weil sie weiß, du bist kein Mann, der seine Emotionen unter Kontrolle hat. Oder auch anders gesagt, du bist kein Mann, der mit einer Frau richtig umgehen kann. Und das eine führt immer zum anderen. Und je länger du natürlich da drin bist, klar, umso schwieriger wird es sein, da rauszukommen. Und deswegen ist es so wichtig, Frauen zu verstehen, um zu wissen, wie du halt mit gewissen Shit-Tests umgehen solltest. Damit sie dir nicht selber zum Verhängnis werden. Warum es so wichtig ist, als Mann seine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Nicht Emotionen zeigen, nicht sie rauslassen. Das ist auch ein Beispiel für, ich lass meine Emotionen raus. Hat er ja jetzt gemacht. Er war angepisst ohne Ende. Er war richtig sauer. Er hat sie rausgelassen. So lassen Männer ihre Emotionen raus. Ja, Gewalt gehört auch dazu. Ist was Negatives. Absolut, selbstverständlich. Und das möchte definitiv keine Frau haben. Das möchte auch kein Mann haben.